Der Sieger der Gruppe 2 ist der ungemein zielende kleine Kitziger, Ulmer Stift. Sieger der Gruppe 3 war der Kerry Blue-Kreer. Gester Töpel war der Zwerg-Töpel, Kurzhaar. Die Gruppe 5 hat der Farah-Hund gewonnen. Und die Gruppe 6 der John-Chyr-Kolski. Gester Vorstehunde der Gruppe 7 war der Weimarer Vorstehunde. Gester Hund aus der Gruppe 8 war ein Wasserhund, und zwar der Kordia-Kortuguesch, der Portuguesch-Wasserhund. Gruppe 9 war der Überlegung von der Shizu. Und die Gruppe 10 war der Gippert. Aus diesen zehn Minuten kommen die drei Besten des heutigen Tages. Und der ganz oben steht, ist der beste Hund von all diesen.